wir melden uns aus der hsh nordbank arena ihre kommentatoren manny bräuchmann und frank buschmann und alle gucken sie heute auf den hamburger sv jetzt greift er den gegner an und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den angriff unterbunden und macht ihr das ist nicht nur bälle fangen und weg fausten auch mitspielen gutes torwartspiel sieht genau so aus takiamberg attacke auf den gegner und jetzt hat der freie bahn oder keeperspiel er wollte das ganz alleine machen dass er auch gar nicht schlecht aus aber jetzt ist es vorbei er holt in sicht per grecce und schickt seine mannschaft nach vorne elegant gut gesprungen da sieht der verteidiger war ganz ganz albern aus mann so ist das wenn man mit augen und nun david jahre elia marcel jansen ja jetzt kann er flanken und achtung der könnte passen hübsche flanke mit schönheitspreis ist aber gar nichts draus geworden attacke mit grätsche vorsicht das war kein grenzfall das war eine klare sache gelbe karte ganz sicher hat er das gemacht beträum ja abgeblockt und so einfach war der ball gar nicht zu halten und nun matthias lehmann das ist die vorteilsregel es geht weiter und und matthias lehmann das muss es sein schwingte richtig gut mit der torwart eine richtig feine aktion und völlig ohne aufregung klasse abarbeit gutes stellungsspiel den schuss abgeblockt marius ebers sie roberto er attackiert ihn er will den ball und schon wieder eine grätsche das sollte eine brutale grätsche werden aber er springt einfach hoch und er lacht offensichtlich noch dabei die grätsche sie geht ins leere aber hast du gesehen manni der hat den kommen sehen der hat den kommen sehen und lässt ihn so ins leere gehen das ist wunderbar gemacht das sind so kleinigkeiten die oft gar nicht auffallen aber das ist perfekt sieht das muss doch elf meter geben und es gibt elf meter ja schlimmer geht es doch nicht mal elf meter und die zweite gelbe karte was das wohl bedeuten mark buscher ja gelb-rot das ist die regelkunde aber da muss er natürlich definitiv nicht so hingehen super torwart klassiker überragende leistung immer weiter immer weiter immer weiter nach vorne in diesem fall wie treuper stark gemacht gerebro da stand er genau da wo er zu stehen hat da ist er wieder der spezialist für die grätsche so jetzt bin ich mal gespannt was der schiedsrichter macht und das macht er richtig gut das kann er das macht er immer wieder gerne die grätsche und so bereinigt man eine solche situation dabei arbeitet er den gegner er greift ihn hartnäckig an ort da geht er vehement in den zweckern gut geklärt von ihm da geht er in den gegner rein marius ebbers und meine güte hat er den verzogen ja und vor allem wie stellt er sich denn da so kann das nichts werden das hat er geahnt oder im augenwinkel gesehen da springte hoch und der gegner grätscht ins leere ja perfekt gemacht wohl dem der über ein gutes auge verfügt marius ebbers er versucht den ball abzugreifen wenn er den freistoß nicht gibt dann haben sie einen freifahrtschein mir wird rot vor augen frank schon wieder eine rote karte und da wird der trainer richtig sauer sein und das mit recht das war und diszipliniert gero von ist und das ist jetzt souverän ist anders aber immerhin geklärt zweikampf auf die alte art die grätsche das muss sein jetzt greift er den gegner da bearbeitet er den gegner und ecke tor so hätten sie es gerne aber jetzt hat der gegner den ball attacke auf den gegner jetzt könnte es gefährlich werden ein spätes tor im ersten durchgang für die anseaten da haben die anderen gepennt ja und das darfst du dir gegen den hsv natürlich überhaupt nicht erlauben tag gehen wir er sucht den zweikampf er attackiert er will er jetzt den zweikampf wie träuber das war der pfiff des schiedsrichters zur pause die ersten 45 minuten inklusive nachspielzeit sind vorwachen da sind die fetzen geflogen in dieser ersten halbzeit und der schiedsrichter ist der richter gnadenlos ja und ich bin mal gespannt wie viel wir hier am ende noch auf dem platz stehen haben sieben gegen sieben acht gegen acht ich glaube alles ist möglich Teil 2 1 4 4 6 6 6 7 6 8 8 8 8 Vielen Dank.